Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Happy Wheels mit mir, dem Sebastian Rose Levels. Mit Need for Speed Most Wanted will ich noch kurz anmerken, funktioniert einiges im Moment nicht. Die Aufnahme funktioniert nicht, das Rändern funktioniert noch nicht richtig. Und ihr habt mir in die Kommentare geschrieben von einem 16 zu 9 Hack. Hä? Was ist das? Schreibt es mir bitte auch hier unter die Kommentare, drunter, nein in die Kommentare und sagt mir was das ist. Ich habe nämlich überhaupt keine Ahnung. Soviel zu dem Thema. Wir wollen jetzt natürlich ein bisschen zocken, wie immer. So, Mikrofon ausrichten und ich hoffe ich bin laut genug. So, jetzt ist es am nächsten dran, so jetzt. Und ich spiele ja wie immer mit dem Pogo-Stigma. Loading Levels. So Leute, wie lange hat es gedauert? 5 Minuten? Bei 3 Minuten habe ich es abgebrochen, habe die Seite neu geladen, habe es nochmal versucht und es funktioniert nicht. Bleiben wir also bei Rating stehen. Und spielen Basketball Throw. Oh, ja tut mir leid, aber geht halt nicht anders. Oh ja, das, nein. Jetzt kommt, ah doch, ich komme immer wieder dran. Hallo. Gehen wir nochmal von vorne. Und... Nein! Wieso boxt der den Ball immer weg? Hä, wie will man denn anfassen? Hallo? Hallo? Ah, man muss auf der Leerttasse draufbleiben. Ach du Scheiße. Nochmal. Und... Nein! Ganz knapp. Nochmal. Nein, nochmal. Hä, wie habe ich das denn gerade eben gemacht? Wie muss das ja funktionieren? Oh, leck mich doch. Yeah, der Ball... Oh. Ich komme schon. Hey Mann, das ist doch immer dasselbe Verarsche. Bam. Tschu. Na, vielleicht muss das dann irgendwie besonders treffen oder so. Das war wieder ein Fail. Komm schon, Korb. Ja. Da-da-da. Und ich hatte meinen Ton aus. Deswegen spielen wir es jetzt nochmal mit Ton. Edel. Da oben ist halt noch mein Sohnemann. Das will ich nochmal sehen. Ja. Das ist auch mal nice gemacht. Erst fand ich ja nicht so... Ähm, ja. Happy Wheels ID. We're taking you for playing. Really fair. Don't hate it when you get really fair. Nein, nein. Wie ist das? My ID is the checkpoint. So, it's ham... Äh, das war nur so ein Review. Oder keine Ahnung, wie was das nennt. Naja. Gibt's hier noch irgendwas? Nein. 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 Das kenn ich schon. Pogo God. Hört sich doch mal edel an. Äh, hab ich das nicht schon mal gespielt? Ja, genau. Letztes Mal. Wieso komm ich denn da jedes Mal wieder drauf? Nein, jetzt wär ich fast drüber. Oh Mann. Schade. Oh Mann, Mist. Einmal vorspringen. Gibt's ja nicht. Wie hab ich das denn gerade gemacht? Jetzt hab ich die Mine runtergeschossen. Oha, genau 10 Sekunden. Best. New Best Records. Also der Trick war, die Mine runterzuschmeißen. So, ich liebe Pogo Jumps. Vor allem, wenn sie so aufgebaut sind, dass man das am Anfang schafft. Mama, JB, Mom. Ah, das ist immer auf Englisch. Auf Englisch. Ja. Nein, das ist immer auf Englisch und auf... Auf Englisch und auf Deutsch. Ich glaub, das ist ein deutsches Level, ja. So, jetzt war das Chuck Norris Jr. Und dann Chuck Norris. Und jetzt kommt... Ninja. Assassin. Gut, da hat er sich was Gutes ausgedacht. Ich hab nämlich null Ahnung, wie man da durchkommen soll. Ich hab wirklich null Ahnung. Nochmal. Nein. Vielleicht kann man auch drüber springen, ja. Kann man auch. Dann tun wir doch versuchen zu mogeln, nicht wahr? Nein. Jetzt bin ich wieder bei Ninja angelangt. Aha, ich hab'n Trick ausgefunden. So kann man sie vorräumen, wenn's mal zu heftig wird. Jetzt hab' ich ihn aber vergessen, wie er geht. Jetzt komm' ich nicht mehr voran. Oh, ja. Ich hab's geschafft. No problem. Happy Wheels. Meister. Master. Problemlos überstanden. Jetzt dürfen wir nur nicht sterben, weil sonst müssen wir alles von vorne machen. Und irgendwie schaff' ich's auch nicht mehr hier rüber, obwohl das die leichteste Aufgabe der Welt ist. OMG, perfect. Ja, das bin halt ich. Das ist normal. Gut, jetzt mach' ich wieder denselben Trick. Da, 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 da. Und ich habe es vielleicht geschafft. Vielleicht muss jetzt aber noch eine weitere Lektion bestehen. Nein, ich hab's geschafft. Yay. ich hab's geschafft was eigentlich unvorstellbar war run human run das bestimmt da das ist mit annie dann fahr ich doch mit fahrrad und renn nicht alter vater wie soll ich denn das schaffen der herr jetzt fahr doch endlich mal zu oh ja oh ja das bein ist gar nicht mehr an seinem körper dran und der fährt trotzdem noch ach da hätte es weiter da wäre es weiter gegangen naja das level brauche ich nicht noch mal versuchen ihr wisst ganz genau warum weil es scheiße ist segway guy und mit dem mit fahrzeug habe ich schon lange nicht mehr gespielt ach so felix oder jeremy oder jermey keine ahnung oh ich hab die richtige ich hab's richtige gewählt ich hab jetzt konnte ich gar nicht mehr richtig lesen oh schon wieder das richtige gewählt wer hätt's denn gedacht jetzt nehm ich jetzt nehm ich barryls oh jetzt wär ich fast da reingefallen ey ja wieder das richtige ey und wird das das falsche sein nja wir leben aber trotzdem ok dann halt nochmal der gute alte felix ach so da sind ja Fragen was ist pude pys real first name ja fredix was ist marsias girlfriend nickname ich habe mich aufgeschlitzt barrels war das nicht wahr bin mir nicht sicher ich denke ja genau wort das pg sei ein pampel jetzt weiß es natürlich nicht blöd oder so das könnte jetzt ein bisschen legen wird mehr schneidt und game ist es pewdiepie plate most ich denke mal da ist ja hier auch ein happy wheels ist oh yes da bin ich nicht gut bin ich nicht gut gut who's the best mr chair ich denke mal gut das waren alle die besten gut dann bedanke ich mich fürs zuschauen das ist schon leider zu ende bis elf minuten und 30 sekunden ja ich guck diesmal genau auf die uhr wir sehen uns beim nächsten mal bis dahin haut rein